Vielen Dank, Freunde! Wir büggeln die Grenzerplaneten ganz schön. Wir sollten uns musikalisch ein bisschen anpassen. Wir haben einen ganz alten Duop-Song mitgebracht. Der ist schon weit über 50 Jahre alt. Und die meisten von euch haben den wahrscheinlich noch nie gehört. Trotzdem wird er euch vielleicht bekannt vorkommen. Warum das so ist, werden wir euch am Ende auch auflösen. Jetzt machen wir erstmal eine kleine Reise mit euch zusammen in ein heißes Land. Es geht nach Arabia.